TRIKOT & THE LAST GUARDIAN Hallo, herzlich willkommen zurück bei TRIKOT & THE LAST GUARDIAN Und im heutigen Teil fangen wir mit an, dass wir hier alles Türchen öffnen Und wenn unser Freund auch hier rein kann, denn ich geh mal schwer davon aus, dass wir ihn brauchen Das scheint ihm aber nicht ganz geheuer zu sein hier Aber vielleicht kommt einer, nein er kommt sicher Komm her Hallo Lass uns mal gucken was es hier gibt Oh Es war eilig hier runter zu kommen Lass mich auch mal gucken was es da gibt Ja Okay Da müssen wir uns was überlegen, dass ich da hin komme Na 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 Hallo Hallo Da willst du nicht hin, na Ja du bist nicht erfreut Dieses Gle Du hast da halt zu sehen, kannst du mich da hoch lassen Lass mich nochmal da hoch Lass mich da hoch Wenn ich da hoch kann Wenn ich da hoch kann Kann man da hoch? Wolltest du mich da hoch schicken? Wow, nee, nee, kommst so weit rüber, wollte ich dann doch nicht. So, jetzt lass mich mal hier, ah, guck mal, hier gibt's was. Oh, das bleibt mir auch mal liegen, vielleicht kann man ja was anderes nehmen. Komm, das hilft schon mal. Glaub ich. Komm mal hoch, komm mal her. Siehst du mich? Kann ich dir das geben? Oh, Schnäppchen gemacht. Das ist ja mal cool. Wir haben hier noch ein Fässchen. Und mit ein bisschen was im Magen, kannst du dann noch mal ein bisschen in die Scheibe abholen. Habe ich irgendeine Möglichkeit finde, da hinten diese Scheibe zu kriegen? Achtung. Das war ganz blöd. Ja, ist okay. Ja, falsche Richtung. Ich übe. Das war ein Fässchen. Das war ein Fässchen. Na? Schmeckt's? Okay. Hier oben ist es ziemlich windig. Aber, jetzt guck ich mal, wo ich hier hin kann. Mir wird was einfallen. Okay, ich muss die Scheibe da weg haben. Ich würde mal sagen, ist das hier. Oh Mann. Hier geht's bestimmt ins Nirvana. Genau. Oh mein Gott. Und hier ist nur Wind in den Ohren. Das wird hier immer schlimmer. Das Teil ist da drüben. Und wie komme ich da hin? Okay, da. Würde ich mal sagen. Oh, ich entschuldige mich jetzt schon fürs Ableben. Oh Mann. Oh nein. Jetzt muss ich wieder irgendwie schräg da rüber springen. Knapp, knapp, knapp. Oh nein. Und das ist noch nicht zu Ende. Wo bist du? Du bist irgendwo da hinten. Du bist da hinten. Und ich versuche hier hinzukommen. Oh Backe. Okay, nächste Kette. Oh ne, 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 ne. Ah, okay. Hier geht's auf jeden Fall runter. Warte mal gucken, was das geht. Nicht wackelt? Höh. Halleluja. In welche Richtung? Diese Richtung oder diese Richtung? Okay, gehen wir da dann. Das ist sowas von einer Wippe. Okay, ich muss da rüber. Oh oh, aber dann muss ich hier irgendwie schnell rennen. Denn, ich befürchte, ich muss das Ding hier erst rüber. Und dann schnell rennen. Okay, und hoffen nicht abzustürzen. Ich versuch's. Oh nein, das geht immer höher. Und das wird immer luftiger. Ah, wie jetzt? Wo lang? Doch, ich muss da hoch. Oh nein, eigentlich geht's. Oh nein. Oh nein. Ja, anders geht's ja nicht. Äh bin ich da im Geruch oder nicht? Das wackelt. Und ich wackel. Kann ich da hoch oder? Ah ok ich probier's. Nein 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 hoch. Also nicht da hoch. Zieh dich mal hoch. Kann ich da dran? Ja und jetzt? Kann er ja drauf stellen. Oh oh. Lass mich mal da hoch. Ich rieße dich doch irgendwo hier. Ich glaube da ist ein Loch oder? Wie komm ich da hin? Oh mein Gott. Doch da. Zieh zu. Oh mein Gott. Und wo? Ah 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 ah. Ah ah ah. Und jetzt? Kann ich da drüben? Was bringt mir das überhaupt? Ach vielleicht kann ich dann da an dem Teil runter kommen? Ne das bringt ja nichts oder? Oh ne 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 ne. Tja. Ok. Ich krieg die Perspektive noch nicht so hin. Ne so geht's ja nicht. Also gut. Entweder die Stürze ab. Ich will mich da irgendwo festhalten. Oh ich. Jetzt mal. Ich hätte gesagt ich kann da rüber irgendwie. Oh. Wir springen auch nicht dahin. Oh oh. Oh oh. Ne. Er zieht sich dann hoch. Dann zieht er. Warum komm ich nicht da rüber? Ne. Sieht sich automatisch hoch. So. Das sieht aber auch nach Vorsprung aus. Jetzt versuche ich mal da hoch zu kommen. Nein. Wir springen nicht. Was ist jetzt? Lustig. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Kann ich mich da oben dran hängen? Nein. Glaube ich nicht. Da ist der Vorsprung zu klein. Den Weg. Ich weiß es sowieso nicht. Mama. Wo will ich denn überhaupt hin? Lass mich mal hier hoch kurz. So. Wenn ich da runter klettere. Was habe ich da davon? Ich meine da bin ich hoch geklettert. Ach du. Oder wenn ich da ran klettere. Ich glaube ich habe mir das nicht genug. Genau genug angesehen. Na komm. Nein. Geht nicht. Ach. Dann muss ich da wieder durch. Oder? Oh ne. Ach Leute. Das ist doch. Nicht lustig. Nein. Hm. Mann. Ah. Da wäre ich jetzt fast abgestürzt. Okay. Aber jetzt weiß ich ja wo ich lang will. Oh. Sorry für dieses verwackelte. Hä? Was ist jetzt los? Was habe ich denn jetzt für einen Fehler? Hoch. Einmal hoch. So. Oh du musst aber genau den Punkt treffen hier. Außen. Rüber. Da war's schon. Nein. Jetzt bin ich Dach abgestürzt. So ein Ärger. Toll. Mach den ganzen Weg. Okay. Und trotzdem. Wir werden es einfach versuchen. Dann. Wann am Weg aber. Ich hab jetzt nur den gesehen. Auf jeden Fall war das unnötig da jetzt abgestürzen. Oh. 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 Das ist relativ schwierig. Okay. Muss ich wieder. Rein. Ah, nee Leute. Raus. Da wieder hin. So. Da wo man... Ah. Oh oh. So, wenn ich jetzt wieder aufstürze, hab ich natürlich ein Problem. Ah, zieh dich hoch. Danke. Okay. So, wo war jetzt dieses... Ich bin gerade vorne. Halleluja. So, jetzt da rüberspringen und... Erbstürze. Oh, das mag ich auch nicht. Boah. So, und jetzt? Auf den Pfosten da? Auf die Kette da? Oh, nee. Ich hänge an einem riesigen Mobile. Ach. So, jetzt ist schon wieder perspektivisch alles. Ja, ich würde sagen, ich muss da rüber. Woanders hat der... Oder ich geh da drauf. Kann ich da drauf? Okay. Ähm. Geht der da rum? Kann ich da rumlaufen? Oh. Ah, warte mal. Ich kann da hoch, oder? Oh, ganzes Wille. Ach, totiges Ei. Immer höher. Ich hoffe, ich laufe hier richtig. Ich habe im Moment leider... Ja doch. Geht der da. Oh. 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 Das hier sieht mir jetzt... ... etwas sicherer aus. Oh. Jetzt glaube ich da rüber. Ich will nicht da rüber. Ich will das... ...nehmen. Oh wei, oh wei, oh wei. Oh. Kipp den scheiß da weg. Oh. So, wo lang jetzt? Wie wäre es jetzt, wenn... ... mir irgendjemand hilft. Guck mal, irgendwo hin, wo ich dich sehe. Ja, vielleicht? Versuch mal auf dich zu landen. Auf dir zu landen. Kann ich? Na, ich würde sagen, puh, danke fürs Auffangen. Du Laskarien.